Hallo, hier ist Ronja und wir schauen heute Ich lebe in einem Flugzeug, das jeden Tag fliegt Ich fliege gerne Ich bin mir sicher, jeder von euch ist bestimmt einmal oder irgendwann jedenfalls mal geflogen Ich bin ein großer Fan Du weißt, boah, Urlaub, gleich geht's los Das ist ein gutes Gefühl, ja? Aber will ich in einem Flugzeug leben? Nein Will irgendjemand von euch in einem Flugzeug nehmen? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage ebenfalls Nein Wir hatten neulich schon ein Video, das war wild, ja? Da hat einer in einem, ähm... In einem Schrank Im Mädchenklo gelebt, ja? Und hat gedacht, dass es die Beste war Falls ihr das nicht gesehen habt, das haben wir uns auch zusammen geguckt Das ist hier oben beim i verlinkt Dann könnt ihr euch das anschauen Wilde Sache, ja? Absolut verrückt Und ansonsten geht's jetzt los Mit dem Video Meine Kopfhörer sind bereits auf Deswegen Let's go! Hallo Hallo Ich bin 24 Okay Hast du jemals von dem Tag geträumt, an dem du deine Eltern verlassen kannst? Also ich habe das Mein Leben Claire, ich habe meine Eltern schon vor einigen Jahren verlassen, ja? Deswegen habe ich da nicht allzu lange von geträumt Aber ich verstehe, was du meinst Das ist ein gutes Gefühl auszuziehen Du bist eigenständig Ich persönlich lebe schon seit vier Jahren Nicht mehr in meinem Elternhaus Kann ich nur, ja? Kann ich appreciaten? Kann ich sagen, weißt du was? Gute Sache Claire War die absolute Hölle Ich weiß nicht mehr, wann ich sie je nüchtern sah Oh, okay Wegen ihres Alkoholismus Können sie keine Arbeit finden Das Geld, das sie als Sozialhilfe erhielten Wurde für Alkohol ausgegeben Ei Ich brannte innerlich vor Scham, ihre Tochter zu sein Oh In der Schule hatte ich keine Freunde Es wurde nicht offen gesagt Aber ich wusste, dass andere nicht gerne in meiner Nähe waren Weil ich nicht aus einer gesunden Familie stammte Aber ich meine, das ist ja nicht deine Schuld Woher wissen denn deine Freunde, woher deine Eltern sind? Ich meine, wenn du es nicht erzählst Hat das Schicksal Die einzige Person, die mich unterstützte War mein Geo-Lehrer Geo? Was ist Geo? Ich hatte kein Geo Okay Okay Guck mal, Jungs und Mädchen Da lernen wir noch was Ja, Bildung Der Grundstein eines guten Jobs Selbst Storystory.de sagt es euch Gut Gut Ah, okay Geo ist Geografie Gut zu wissen Reisen 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 Das ist actually smart Also da Also kein Mist Ja, da habe ich auch mal drüber nachgedacht Weil du verdienst relativ gut Als Flugbegleiter Du kannst nach deinem Abi theoretisch direkt als Flugbegleiter arbeiten Und du kriegst Ähm Keine Ahnung Ich glaube 3000 Euro oder sowas im Monat Also legit gar nicht schlecht Oder vielleicht sogar mehr Vor allem wenn du Langstrecken hast Dann hast du so den Jackpot Weil dann bist du Weil du darfst nicht Langstrecke, Langstrecke, Langstrecke fliegen Ähm Deswegen musst du ein paar Tage in den anderen Ländern bleiben Und bist dann da quasi in einem Hotel untergebracht Was dich nichts kostet Kriegst Essen, was dich nichts kostet Und machst quasi Urlaub Für Lau Aber Das ist richtig Also ohne Mist Da habe ich auch mal drüber nachgedacht Vielleicht ist das für einen von euch Was wenn ihr aus der Schule rauskommt Falls ihr da Also okay Vielleicht in der aktuellen Situation nicht Fällt mir gerade auf Aber Ohne Mist Das ist echt nicht schlecht Der Himmel Jeden Tag Flüge Ein neues Land Tausende von Meilen von meinen Eltern entfernt Was könnte schöner sein Zwei Monate später Würde ich zu einem Vorstellungsgespräch In einer anderen Stadt eingeladen Ich las den Brief 20 Mal Konnte es aber nicht glauben Ich begann mich aktiv vorzubereiten Ich glaube da muss man aber echt aufpassen Dass man halt in einen guten Flughafen kommt Wo du Langstrecke hast Weil du sonst einfach Wenn du Pech hast Den Tag viermal Nach Stuttgart Nach Berlin Stuttgart nach Berlin Stuttgart nach Berlin fliegst Da hat keiner Bock drauf Näh Ich glaube das geht Rotes Fragezeichen Die ist jetzt bestimmt In irgendeiner guten Position Und kann ihr helfen Dass sie den Job kriegt Wetten Garantiert Das ist bestimmt Eine von den Leuten Die Bewerbung macht Oder irgend sowas Oh noy Er ist ein beliebter Job Ja ist ein beliebter Job War Ohne etwas vorweisen zu können Brach mir das Herz Und plötzlich kam genau Diese Frau auf uns New it Ich wusste es Und ihr Bein war bandagiert Die Frau erkannte mich Und rief mich zuerst auf Sie war eine der Personen In der Aufnahmekommission Ich bin so gut Ich habe viel zu viele Von diesen Geschichten geguckt Ich weiß immer wie die Storys laufen Oh mein Gott Das ist eigentlich kein gutes Zeichen Für mich Schnelligkeit Und der Wunsch zu helfen Sind die wichtigsten Dinge Im Beruf der Flugbegleiterin Ich war erstaunt Über ihre Freundlichkeit Sagte sie zu mir Ja gut Jetzt übertreib es mal nicht Sie hat dir aufgeholfen Du bist gefallen Ich glaube das wird jeder machen Das ist wie Wenn du Wenn Leute auf dem Bus Zugerannt kommen Dass du dann das Stopp-Ding Verliegst Ich habe das Gefühl Das macht jeder Das hat nichts mit dem Wunsch Zu helfen zu tun Das ist einfach Also Das gehört sich so Das würdest du ja auch wollen Dass das für dich gemacht wird Wusste aber trotzdem Dass irgendwie Noch alles schief gehen konnte Ich habe alle Prüfungen bestanden Aber während des letzten Persönlichen Gesprächs Fragten sie mich Nach meinen Eltern Ich beschloss ehrlich zu sein Und sagte ihnen Dass mein Vater und meine Mutter Tranken Und dass dieser Beruf Für mich die Gelegenheit ist Ein neues Leben zu beginnen Ich dachte Sie würden mich ablehnen Aber sie stellten mich ein Nice Im ganzen nächsten Monat Machte ich einen Vorbereitungskurs Ah siehst du Ich kenne mich so gut aus Ein Versuch klappte Und ich üben musste War ich nie glücklicher Das waren die besten Tage Meines Lebens Aber ich hatte ja Keine Ahnung Dass mein erster Tag In dem Job Ein Albtraum sein Oh mein Gott Warum Ich wurde der Flugbesatzung Und den Piloten vorgestellt Hallo Im Hardwarebereich Wo es Bildschirme gab Auf denen die Live-Videobilder Der Kameras gezeigt wurden Das finde ich Beunruhigend Ihn hier Also Die haben Toiletten Kameras In Flugzeugen Nein oder Nein Bitte nicht Der Bildschirme Im Waschraum Ich zeigte es dem Piloten Furchtbar peinlich berührt Steve Der Pilot war überrascht Wissen sie nicht Dass wir überall In Flugzeug Kameras haben Das ist Ich wurde rot Natürlich ging ich erst Am Ende des Fluges In den Waschraum Und hielt es zurück Meine Stimmung war verdorben Und obwohl ich von diesem Tag träumte Gab es keinen Schimmer von Freude Das ist Quatsch Oder? Warte mal Das google ich jetzt Jetzt bin ich verunsichert Dank dem Artikel von Futurezone.de Du hast keine Kamera in Toiletten Ja Das ist unüblich Das war irgendwann wohl mal ein Vorfall Dass das irgendein Fluggast gemacht hat Der dann halt erwischt wurde Und ich glaube Verknackt wurde Oder sowas Aber das ist nicht üblich Hier Frei erfunden Lügenpresse Lügenalarm Als wir gelandet waren Rief mich Steve zu sich Er fragte mich Ob ich seinen Witz Tatsächlich glaubte Es stellte sich heraus Dass es nur eine Tafel Mit einem heruntergeladenen Bild war Im Waschraum gab es natürlich Keine Kameras Hätte ich Hätte ich fünf Sekunden weiter geguckt Hätte ich mir viel Google Arbeit gespürt Okay So viel Google Arbeit war es nicht Ich errötete wieder einmal Und murmelte Dass ich sofort wusste Dass es nur ein Streich war Ich auch Aber das war nur der Anfang Sie haben mir, Steve Und den anderen Ständig Streiche gespielt Es gab ziemlich grausame Streiche Wie damals Als Steve seinen Freund Der in unserem Flugzeug flog Bad es so aussehen zu lassen Als käme Schaum aus seinem Mund Das war beängstigend Und überhaupt nicht lustig Aber auf jeden Fall War Fliegen besser Als zu Hause zu sein Das sind kleine Pranks Da sind das Die haben Die haben so viele von diesen Ich pranke meinen Mitarbeiter Was dann geschah Könnt ihr nicht glauben Videos auf YouTube gesehen Wisst ihr was ich meine Diese Er kam nach Hause Und auf einmal waren 500.000 Orbees In meiner Badewanne Pranked Das gucken die sich an Und dann denken die sich Weißt du was ich mache Ich mache Orbees ins Cockpit Das wird was Das wird ein Fest Das wird richtig lustig Und dann Soll ich meinem Kollegen Wenn er mitfliegt Der soll sich Eine Brausertablette In den Mund nehmen Und dann kommt Schaum aus seinem Mund Und alle denken Ja toll wo du stirbst Das wird richtig witzig Let's go Funny Also nicht wirklich funny Aber Ich habe bei der Arbeit Mein Bestes versucht Die Passagiere Die Bewertung Auf der Website Des Unternehmens Ich meine Weißt du was Du kannst da aus zwei Saaten mit umgehen Ja Ich meine Das mit dem Klo Ist eigentlich ein witziger Also das ist okay Das ist ein lustiger Du kannst einfach mitpranken Ich meine Die sind ja tolerant Ja Scheinbar wenn die hier Öfter mal einen Spaß machen Dann kannst du da auch mal einen Spaß machen Kauf du dir die Orbees Hau du die Orbees Ins Cockpit Keiner hält dich auf Ja Lebe deinen Traum Claire ist super Oh Oh Claire hat winzige Hände Oh Die Zahl der Schichten Nahm nur noch zu Und ich kam immer seltener Nach Hause Und wozu auch Ich brauchte nicht viel Ein paar Kleidungsstücke Die Uniform Eine Hose Ein Pullover Und ein Sonnenkleid Der Rest Lebensmittel Kosmetika Und Duschutensilien Waren so oder so Im Flugzeug Eines Tages Als ich in Athen herumlief Erhielt ich eine Nachricht Von meinem Nachbarn Mein Vater war mit einer Angezündeten Zigarette Eingeschlafen Die Feuerwehrleute Kamen recht schnell Oh Aber da unser Haus Alt und heruntergekommen war Konnten sie nichts Vor dem Feuer retten Es war sehr schwer für mich Aber das hat das denn Damit zu tun Dass das Haus alt Es brennen alte Häuser Schneller ab Okay Viel und lange Eines Tages Kam Steve auf mich zu Der Pilot Der mich mehr als Jeder andere verspottete Ich dachte Dass er wieder einmal Etwas Stumpfes Und Grausames sagen würde Aber er umarmte mich Und sagte Weine nicht Vögelchen Jetzt ist der Himmel Dein Zuhause Weine Das ist Das ist aber auch Eine Line Steve Überragend Vom Steve Dass er das einfach raushaut Wir wurden Freunde Obwohl ich spürte Dass es nicht nur Freundschaftliche Gefühle waren Ich hatte nichts mehr In der Außenwelt Ich hab das Gefühl Mit dem Anmachspruch Und so Ja Ich gehe hinunter Auf den Boden Schlendere durch Verschiedene Städte Aber nur im Flugzeug Fühle ich mich Wirklich zu Hause Seit dieser Sache Sind nun vier Monate vergangen Und während dieser ganzen Zeit Hat niemand von der Besatzung Witze über mich gemacht Ich dachte Dass es so weitergehen würde Aber 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 es war Es war keine echte Schlange Es war ein Kuscheltier Und du hast sie einfach Als Schwanger gesehen Das ist eine Frau Nichts da Mein Kollege Schlange Und lachte Am Ende War sie aus Gummi Ein Bild Jo Komm Das sieht man doch Eine Gummischlange Die sehen nicht echt aus Habt ihr schon mal Eine Gummischlange gesehen? Ihr habt schon mal Eine Gummischlange gesehen? Die bewegen sich nicht Das ist so ein kleiner Das wissen viele gar nicht Über Gummischlangen Aber die bewegen sich nicht Normale Schlangen Die bewegen sich Ja deswegen Da könnt ihr es ja Also für euch So ein kleiner Tipp Daran könnt ihr das erkennen Was soll ich sagen Bin kleiner Profi Mit Schlangen Spielzeug Mit dem mir wieder Ein Streich gespielt wurde Natürlich wusste ich Sofort wer es war Steve Weil heute Flog mal wieder Steve War bereit Alles zu sagen Was ich während Der ganzen Zeit Die ich dort gearbeitet hatte In mir angesagt Drei Witze Steve hat drei Witze gemacht Erst mit den Kameras Am ersten Tag Vier Monate sind wir Vergangen jetzt Mit der Gummischlange Es geht nicht mehr Steve Wie kannst du nur Aber was ich sah Schockierte mich Steve streckte die Hand Mit einem Ring aus Und sagte auf den Lautsprecher Claire Meine Liebe zu dir Ist so grenzenlos Wie der Himmel Ich möchte Dass du meine Frau wirst Ich habe ja gesagt Ohne auch nur eine Sekunde Darüber nachzudenken Was Natürlich hatte ich Angst Davor Seine Mutter zu treffen Ich kannte sie noch nicht Und traf sie zum ersten Mal Und dann auch noch gleich Als Verlust Waren ihr zusammen Überhaupt Waren sie zusammen Ehrliche Waren sie zusammen Oder ist das jetzt einfach So aus dem Nix Ich meine sie hat gesagt Sie hat das Gefühl Es entwickeln sich So mehr Mehr Sachen Aber Selbst wenn sie zusammen waren Vier Monate Nach vier Monaten Machst du doch niemanden Einen Antrag Das ist doch Quatsch Steve Das ist ein Prank Oh jetzt Das ist der Prank Und dann sagt er Haha War nur ein Witz Ihres Sohns Sie flüsterte mir ins Ohr Ich solle mir keine Sorgen machen Denn ich habe ein gutes Herz Und das ist schließlich Das Wichtigste für seine Mutter Und so kamen wir zu ihm nach Hause Und ich sah die Frau von der Kommission Nein Funktioniert das so? Not sure Ich dachte du Und die Mutter sind so Als ich dachte Dass es nicht schlimmer sein könnte Sagte sie Wenn ich Steve heirate Würde sie alles tun Damit mich keine Fluggesellschaft Mehr einstellt Aber ich liebe meinen Job Und er ist alles was ich habe Und ich liebe Steve Denn er ist der einzige Mensch Der mir nahe steht Was ist denn mit der Mutter Auf einmal los? Wenn ich daran denke Dass ich mich nur für einen Von den beiden entscheiden kann Das ist ja mal ein Quatsch Das ist ja mal ein reiner Quatsch Ne So funktioniert es doch nicht Das ist Es fängt normal an Es ist Es ist 10 Minuten Ganz normal Und dann in den letzten 30 Sekunden Kommen sie an Und dann so Ja aber Ha eigentlich nicht Und jetzt ist die Mutter böse Und ihr habt eigentlich gedacht Die sind Freunde Aber ha sind sie nicht Das war's Ja Danke Für nix Wenn sich das Video Gefallen hat Dann lasst gerne einen Daumen hoch Ich habe eine ganze Playlist Von solchen Videos Guckt ihr euch hier in der Endcard an Dann könnt ihr die hintereinander wegschauen Die sind nämlich sehr witzig Und falls ihr Mich zum ersten Mal seht Und gerne mehr Videos von mir sehen Möchtet dann abonniert doch diesen Kanal Oder falls ihr Schon länger hier seid Aber aus irgendeinem Grund Ja ich wüsste nicht warum Äh noch nicht gemacht haben solltet Dann abonniert gerne Dann äh seht ihr Fast täglich neue Videos Macht's gut Bis morgen Ciao Tschau Bis zum nächsten Mal.